Moin Moin und Leute, willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, ich werde nochmal auf meinem PC diesmal wieder. Nicht mit Xbox-Controller. Nicht auf der Xbox. Für mehr PC. Fühlt mich einfach wohl. So, wo lande ich denn? Vielleicht soll ich auf der Butterbute nach Hause landen? Ja, komm. Mal. So. Ich habe meine Musik ausgeschaltet. Weil mir gerade die Modus gibt es an dem Button. Dass man einfach die Lobbymusik hört. Wenn man halt hier sind. Eine runter. Oder irgendein so relativ nett. Und das ist halt eigentlich sogar schön, wenn man die Lobbymusik mag. Aber ich habe halt so eine, die eigentlich sogar cool klingt. Aber einfach nur nervig. Nach der Zeit wird. Hä? Oh we Weiter! Damit haben wir schon mal einen. Ich hätte erstmal merkt, dass ich wieder auf dem PC bin. Ich bin auch wieder viel gemütlicher. Viel gemütlicher. Ich bin auch ehrlich gesagt, der schläft so, dass ich ihn noch nicht verlernt bin. Jetzt wollen wir für zwei Runden allerdings trotzdem. Muss man ja auch aufpassen. Oh. Ohlala, der ist locker bei Mosasley. Okay, wir wollen mal wetten, dass wir auch noch zwei Mosasley ist. Warum natürlich noch sind dagegen. Können wir halt auch bei Hunter's Heaven sein, bei Zepa. Ja, das ist auch noch bei Hunter's Heaven. Aber das glaube ich sehr viel. Oh, wegen einem Stein. Als ein großer Stein wäre ein Fehler. Du wirst es verstehen, aber es war so ein Mini-Stein. Ob der Stein nicht fällt? Der ist... Ach, das ist kein Pfeil dafür. Du wirst die Dinge bestellen. Äh... Äh... Ohlala. Der war schon anbaut. Alles klar, aber okay. Da kann ich sehr viel. Gut. Da war echt nicht so gut. Komm mal an, aber man darf echt nicht die GK mal unterschätzen. Das ist echt ein Fehler, den viele machen. Erster Eindruck. Man stimmt immer bei den Gegnern halt. Erster Eindruck, Leute. Lasst euch vom ersten Eindruck liebe Irren. Kann ich nur sagen. Lasst euch vom ersten Eindruck einfach liebe Irren, Leute. Ihr könnt immer täuschen. Was Information rief? Ich hab lieber Angst gebeten. Oh! Nein! 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 Erste ist er. Eindruck? Eindruck? Ersta Wilt? Herzlichen Glückwunsch! Bei diesem Lobby-Tweck habe ich genau dies sieht, was ich immer abspielt. Ok, ja. Er spielt die Maeve-Skin, sodass das wahrscheinlich entweder ein Bot ist oder einfach nur ein schmackloser Schwitzer. Aber wo ist er? Alles klar, meine Namen von Spielern. Nein, von Städten zeigen wir da nicht ein. Hä, wo ist er denn? Ja, mit dem Boot mache ich zu viel leer. Komm, sieh nicht ein! Oh, Alter. Es war aber leider nicht mein Ziel. Weiter suchen. Alles klar. Ah, der bewegt sich weg. Da würde ich sagen, fangen wir ihn noch ein schnell. Oh, da hinten steht jemand zu gehen. Da ist jemand. Komm, sink doch ein! Genau. Das ist was für so eine kritische Camper. Wir Campern und wir Snipern, also Camper die Nerven. Ich glaube, so weit sollte ich jetzt auch nicht gehen. Und wo ist er? Ich weiß, dass er irgendwo ist. In der Zone, wo er sein sollte. Kleinert sich jetzt aber auch langsam wieder. Könnte im Butterbudenhaus sein. Vermut' ich guck nicht. Nein, er bewegt sich davon gerade so weg. Dann nimm mal die Kristall zu dir. Und jetzt such mal die Gegend. Ordentlich, ob er durchgeht. Hier ist er nicht. Da ist er auf Hamburg, weil wir ihn nennen müssen. Ne, auch nicht. Ich weiß nicht. So macht er... Ah! Was könnte dieser... Alter, was der Köln ist. Alter, was der Köln ist. Alter! Was?! Yo! Er wurde auch noch weggesnaped. Yo! Das war ja... Hä, wie hat er... Wie tut er denn jetzt von dem weggesnaped? Achso! Er sagt... Das ist ein ewiger Kreislauf. Der hat mich getötet. Er wird getötet. Dann wird der, der ihn getötet hat, getötet. Dann wird der, der ihn getötet hat, getötet. Dann wird er vielleicht auch gleich getötet. Ewiger Kreislauf, Leute. Ich sag's auch. So, Leute. Dann verabschiede ich mich für heute. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. mal chips drauf. Wir sehen uns dann immer noch mal.